Hallo, ich gucke immer noch in die Wolken, da ist der Nekro, da steht er, ich habe ihn im Visier. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass es keine Wolken ist. Ja, alles klar. Geh weg, was geht? Aiming Skills, Alter. Du kennst doch mal in Call of Duty, wie gut ich in Call of Duty bin. Ja, das ist nicht schön, dass den Zuschauern, dass er spart bleibt hier. Ne, die Zuschauer, genau das müssen die Zuschauer eigentlich sehen. Das müssen die Zuschauer eigentlich eigentlich sehen. Also ich mache jetzt erstmal ein bisschen Papier hier, damit wir ein paar Bücher machen können. Und dann hoffe ich, dass ich ein paar Bücher Regale machen kann. 21 Papier. Nimm hier das Papier, was ja auch noch übrig ist. Nimm das Leder, so. Und mache Craft Bücher. Sieben Bücher, na gut, das ist natürlich. Egal, daraus können man, oh, drei Regale kann ich machen, na ja, ich weiß nicht mehr etwas. Höh! Und was heißt, na, Scheiße, ich weiß nicht, scheiße, wir hätten auch nur so. Warum haben die eigentlich kaum Holz? Weiß ich auch nicht. Wir haben hier irgendwie gar nichts. Ja, wir müssen mal Holz holen. Guckt euch mal meine Bruder an, ey. Das sieht aus hier wie bei Hempels unterm Sofa. Jetzt habe ich hier so eine Treppe reingebaut, so eine Leiter. Die kommen gar nicht in den anderen Zauberraum hier. Können wir da nicht mal so einen Durchbruch machen irgendwie? Das ist designmäßig natürlich nicht, ne? Kannst du ruhig machen. Gibt es eine Glastür? Glastür? Nein. Keine Glastür. Gibt nur diese verschissene normale Tür, ja? Ja. Also du kannst eine Birkentür machen oder eine Tür aus... Aus Sand? Sandstein? Sandstein kannst du auch keine Tür machen. Ja, aber es muss doch irgendwie mal hier so ein bisschen ins Design jetzt passen hier so eine Tür. Ich kann doch jetzt hier nicht eine Birkentür hinpacken, hier wo alles außer Glas und Sand ist. Drei Bücherregale, na meine Güte, das ist aber nicht die Welt, du. Ja gut, alles klar. Was willst du denn machen? Ja, ne, gar nichts. Halt einfach die Schnauze. Eichenholz-Tür, jetzt soll ich da eine Eichenholz-Tür hinbauen oder was? Das ist doch alles ein bisschen so ein Witz. Das ist doch ein Witz in Tüten hier, das muss ich mal ganz klar sagen. Ja, das sieht ja richtig geil aus. Chris, jetzt komm doch mal hierher und guck dir das an, was können wir denn jetzt hier besser machen? Mein Gott. Ey, das ist doch voll das kreative Spiel, Alter. Du kannst doch machen, du kannst bauen, was du willst. Du kannst doch ein Schloss bauen, wenn du das mitkommst. Nee, kann ich eben nicht. Ich will eine Tür aus Sandstein haben. Jetzt habe ich das Fenster kaputt gemacht. Ey, mach die Fenster nicht kaputt. Ja. Diese Tür sieht richtig kacke jetzt hier aus. Ja, mach sie schön. Ja, aber ich komme gleich mal, ne? Nico, dann zeige ich dir mal, was wir machen. Nee, wo sind Fenster? Ich brauche Fenster. Beisande und Glas. Außerdem, warum hast du denn mir hier? Äh, geil. Das habe ich jetzt wieder gemacht. Nichts überlegt, oder? Alles richtig gemacht. Also, dieser Christa weckt nicht so auf, weil es, äh, es ist zum Mäuse-Mäken. Wow. Äh, wo ist mein Schwert? Das mit den Fenstern ist ja auch voll. Sag mal, das ist ja alles komplett besoffen hier. Ich könnte schon wieder alles kaputt schlagen hier, alles klein. Es funktioniert nicht. Kein Bock mehr. So. Was hast du denn da jetzt schon wieder gemacht? Also, ich nicht, lass mich. Ich verstehe dich nicht. Lass mich in Ruhe. Ah. Würde spielen. Das sieht einfach alles kacke aus. Äh, es ist auch kacke. Jetzt war ich zweifel doch nicht gleich. Ich baue hier erstmal nochmal das Korn hier zu Ende an. Jetzt komme ich zu. Ja. Was ist das normaler, wie viel Sandstein haben wir denn eigentlich noch? Ja, also, warte mal, ich schätze mal so, weiß ich nicht. Ich gucke mal. Sandstein, glatten oder, 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 Sandsteiner über 38 und glatten Sandsteiner über 24. Nein. Nein. Gleich haben wir keinen Sandstein mehr. Ich, jetzt komme ich noch nicht mal diese Leiter hier hoch. So, ich gehe jetzt mal gucken, was der Nekro da oben gemacht hat. Was denn jetzt, was denn jetzt so scheiße ist? Was ich hier überhaupt hochkomme? So. Ja, und wo ist das Problem? Weil die Tür einfach scheiße aussieht. Und das Fenster, man kann das Fenster hier gar nicht abschließen machen. Guck mal, der Fenster mit Lücken nach. Du bist auch besoffen, da musst du auch. Da musst du, äh, wenn du da Glas dann hin hast. Ja, wieso musst du ein Glasblock nehmen. Ja, aber das passt doch gar nicht zu den anderen Scheiben hier. Aber jetzt halt doch mal die Klappe. Irgendwann die Aussagen mit dir. Ne, alles klar. Boink, boink, so. Guck, da in der Mitte. Ja, sonst kannst du es auch mal handeln. Tür sieht trotzdem kacke aus. Ist ja nichts moderneres, gibt's, hier macht man alles aus Sand. Piepapo hier. Äh, dann packst du so eine alte Holzhülle da hin. Drei Bücher, das ist echt so. Wie bitte? Ja, nur drei Bücher, das ist echt drei Bücherregal. Das ist zu wenig, wir brauchen noch. Äh, drei, zwölf glaube ich. Noch zwölf von diesen Bücherregalen. Das muss ich da jetzt machen. Außerdem gefällt mir, dass der so stylomäßig nicht, aber... Geil. Das ist wie es ist. So, ich habe auf jeden Fall keinen Sandstein mehr. Ja, du kannst auch zum Beispiel die Tür aus Birke machen, dann sieht die auch anders aus. Dann sieht die so aus, die Türen. Da, dann sehen die so aus, die Türen. Ja, ich komme die Treppe nicht runter. Ja, die sieht ein bisschen besser aus, das stimmt. Äh, dann kannst du eine Birke tun. Dann nehmen wir doch mal ein bisschen Birke, wo ist hier Birke? Weiß ich nicht, wir haben glaube ich gar keine Birke mehr. Na doch eine Birkenholzschöße. Ja, du kannst auch zwei nebeneinander machen, dann sieht es auch ein bisschen cool aus. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel auslassen, ich auch. Entweder, ah, hier sind Weizensammel noch. Können wir die Hälfte davon brennen. Oh, hast du das Glas kaputt gemacht? Ich habe es gehört. So, da läuft ganz hervorragend hier oben. Das lassen wir auch direkt so. Ich muss jetzt mal zurück, was du da gemacht hast. Du bist so, Alter, ey. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Das sollst du, dann brauchst du die Tür gar nicht aufmachen, dann kannst du so einfach so durchgehen. Nee, doch. Stimmt. Das ist voll geil. Du bist doch echt nicht aus, Alter, ey. So dumm, um eine Tür zu bauen, Alter, ey. Ey, warte, das Glas ist doch nicht kaputt. Nein, ich habe doch so ein Block hingesetzt, Mann. Was soll das denn? Was soll das denn? Vor allem, was soll das denn hier? Mach doch mal diesen Block hier weg. Mach doch mal Glas hin. Eine Glasscheibe. Kein Glasblock, eine Glasscheibe. Oh, Leute, 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 habt ihr das gesehen, was der Neko hier für die Tür gebaut hat? Ja, ganz hervorragend. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Ganz hervorragend. Das sieht großartig aus. Meine Güte, ey. Was soll ich dazu sagen? Das ist schon wieder eine Bohrgeschichte hier, was wir hier machen. So, die Sonne geht auf, Chris. Ja, auf geht's. Auf Entdeckungsreise. Auf Entdeckungsreise. Was? Du solltest auch mal auf Entdeckungsreise gehen. Wir brauchen immer noch eine Möhre. Das wird sich auch nicht ändern. Ne. So lange müssen wir eine Möhre haben. Ja. Und dann kannst du auch... Vielleicht findest du ja auch ein NPC-Dorf. Ja. Was mich sehr freuen würde. Guck mal, wenn wir mal unsere Karten vergleichen, ne? Lass mal rausgehen und lass mal vor der Tür treffen. Also du musst was zu essen mitnehmen, ich natürlich auch. Und zwar hungern, aber offenlich. Ja, warte mal, jetzt lass mich doch erstmal ganz kurz hier meinen ganzen Crap hier wieder weglegen. Ich muss ein paar Fackeln machen. Fackeln habe ich jetzt hier. Ich hab... Hacke, Hacke. Hacke, Hacke, Peter aus Chaos. Hacke, Peter wird Kacke später, ne? Ja. Vielen Dank, Chris. Für diese Erkenntnis. Ja. Du musst dich das doch mal einfach auch vor Augen halten, riechen. Nein, ja. Vor allem riechen, ja. Riechen ist ganz wunderbar. So. Wann noch mal du? Also, lass mal vor der Tür treffen. Wo bist du denn? Bist du vor der Tür? Also vor der Tür rein. Wieso haben wir denn hier eigentlich immer noch... Die Tür ist immer noch aus Gras hier. Warum bist du denn hier immer schon wieder ein Scheiß-Creeper, der gleich schon wieder alles kaputt macht hier. So, mach mal da eine Karte auf. Guck mal auf die Karte drauf. Ja. Was siehst du denn da bei dir auf der Karte? Pixel. Ja gut, die sehe ich auch. Ganz viele Pixel. Aber bei mir ist zum Beispiel links oben da, wo unsere beiden Punkte sind, oder ich sehe ja nur meinen, letzten Endes gerade, wenn die nebeneinander stehen, sehe ich weiß und dann ist gleich wieder Wasser und grün. Und unter mir ist auch grün. Und unter mir ist auch grün. Was siehst du? Ja. Ja. Weiß, grün und Wasser. Okay, lass einfach in zwei unterschiedliche Richtungen laufen, damit wir irgendwas finden, vielleicht auch. Das wird doch eh schon wieder nichts. Was ist denn... Das ist doch ja alles Firlefanz. Das hat doch immer das schon mal nicht geklappt. Du bist verschäumt gewesen und ich wurde von allem nicht angegriffen. Ja, aber was soll man machen? Wir müssen ja mal irgendwie was finden, womit wir auch arbeiten können. Das ist doch scheiße, wenn wir immer nur irgendwie jetzt... Äh, nein. Gott, ich gehe jetzt los. Wo in welche Richtung gehst du denn? Wo bist du denn? Ich gehe jetzt hier hin. Wohin? Hier fliegen leicht die Löcher aus dem Käse. Wo bist du denn jetzt? Ach, hier ist noch meine Farm. Hier bei der Farm. Ich gehe auf der Seite unserer großen... Und da gehst du jetzt hin. Was schrubbst du dir denn ein? Aber was machst du da? Ah, das ist gerade ein bisschen was weggespritzt. Ich habe gar nichts mit Essen. Ich habe hier zu wenig Essen mit, glaube ich. Ja, alles klar. Ziehen wir jetzt zusammen los? Ja, wir ziehen jetzt zusammen los. Und ich baue zwischendurch. Also hier sind ja die Fackeln. Das ist ja dann leicht zu finden. Das ist ja dann relativ einfach zu finden. Liebe Leute, ihr seht, es geht jetzt wieder richtig los bei uns hier. Jetzt kommt das Abenteuer schlechthin. Also wäre schön, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Denn dann geht es hier... Ich habe hier die Fackel bekommen. Ja, ich mache hier. Wäre schön, wenn ihr wieder einschaltet und zuseht, wie Chris hier absoluten Blödsinn macht. Und vor allem, was ist denn das da hinten? Wo denn jetzt? Da hängt einfach irgendwas in der Luft. Ich verstehe die Spiele einfach nicht. Siehst du, was da hinten? Ja, das komische Spawn. Liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schüssen. So, was weiß ich, dieser blöde Turm, den ich den eingestellt habe. Also das ist Erde, vor allem, wenn es regnet, wäre der da rum. So, was weiß ich, dieser blöde Turm.